Gesucht wird der maximale Flächenhalt des Dreiecks für eine Ellipse mit den Halbachsen a, 5,8, b, 2,4 cm. Die Funktionsgleichung der Ellipse lautet ja x² durch a² plus y² durch b² gleich 1. Und der Flächenhalt des Dreiecks ist Grundseite mal Höhe durch 2. Die Grundseite ist g und h ist die Höhe. Jetzt liegt dieser Eckpunkt des Dreiecks auf dieser Ellipse. Der Eckpunkt hat die Koordinaten x, y und x können wir ersetzen mit der Hälfte der Grundseite, also g halbe. Und die y-Komponente des Eckpunktes ist minus k. Die Aufgabe ist relativ anspruchsvoll. Wenn ihr aber trotzdem die Aufgabe selbst lösen möchtet, dann stoppt das Video jetzt. Schauen wir uns nun die Lösung gemeinsam an. Wir haben ja hier die Ellipsengleichung x² durch a² plus y² durch b² gleich 1. Diese Gleichung stellen wir nach x² um, indem wir diesen Ausdruck subtrahieren und mit a² multiplizieren. Dann bekommen wir diese Formel. Die x-Komponente war ja g halbe und die y-Komponente minus k. Wenn ich y² anschaue, dann entfällt ja das Minus. Dann habe ich y² gleich k². Jetzt ersetze ich in dieser Formel x mit g halbe und y² mit k². Dann erhalte ich diesen Ausdruck. Ich habe hier den Hauptnenner gebildet. Das heißt, ich erweitere 1 mit b². Dann erhalte ich b² minus k² durch den gemeinsamen Nenner b². Da ich für die Dreiecksfläche g halbe brauche, muss ich die Wurzel ziehen. Wenn ich die Wurzel aus diesem Ausdruck ziehe, dann habe ich hier Wurzel aus a² durch b². Das gibt a durch b und übrig bleibt die Wurzel aus b² minus k². Also ist g halbe a durch b mal Wurzel b² minus k². Die Dreieckshöhe ergibt sich ja mit b plus k. Grundseite mal Höhe durch 2 gleich Grundseite mal b plus k durch 2. Die g halbe ersetze ich mit diesem Ausdruck. Unterhalte dann für die Dreiecksfläche diese Formel. Und diese Formel muss sich nach k ableiten. Da das ein Produkt ist, muss ich die Produktregel anwenden. u mal v' ist u' mal v plus u mal v'. u ist der erste Faktor und v der zweite Faktor. Damit wir das einfacher ableiten können, schreibe ich die Wurzel als Potenz. Und dann halte ich a durch b mal b² minus k² hoch 1,5. Das leite ich ab, indem ich den Exponenten als Faktor davor schreibe. Dann habe ich a durch 2b mal der Klammer hoch minus 1,5 mal der inneren Ableitung und das ist minus 2k. Die 2 kürze ich raus. Dann kann ich vereinfacht diesen Ausdruck schreiben, indem ich diesen Ausdruck wieder als Wurzel schreibe. Der zweite Faktor ist b plus k, abgeleitet ist das 1. In dieser Formel ersetze ich u' mit diesem Ausdruck, v mit diesem Ausdruck, u mit diesem Ausdruck und v' mit 1. Dann habe ich diesen Term. a durch b kann ich vor die Klammer ziehen. In diesem Ausdruck brauche ich wieder einen gemeinsamen Nenner. Warum, werden wir gleich hier sehen. Um auf den gleichen Nenner zu kommen, muss ich ja mit dieser Wurzel erweitern. Wenn ich Wurzel aus diesem Ausdruck mit sich selbst multipliziere, entfällt das Wurzelzeichen. Das ergibt sich aus den Potenzgesetzen. Das ist ja b² minus k² hoch 1,5 mal b² minus k² hoch 1,5 und das ist 1,5 plus 1,5 ist 1. Also habe ich b² minus k². Wir haben ja hier einen Quotienten. Ein Quotient ist 0, wo der Zähler 0 ist. Also wir setzen diesen Ausdruck auf 0. Konstante a können wir dabei weglassen. Wir dividieren durch minus 2. Dann erhalten wir k² plus 1,5 bk minus 1,5 b² gleich 0. Damit haben wir die Normalform der quadratischen Gleichung. Mit p ist 1,5 b und q ist minus 1,5 b². Mit der pq-Formel erhalten wir minus p halbe, das ist minus 1,5 b. Plus Wurzel aus b halbe zum Quadrat ist 1,5 b² minus q, das ist 1,5 b². b können wir vor die Wurzel ziehen. Und dann haben wir 1,5 zum Quadrat ist 1,6 plus 1,5. Das sind 9,6. Daraus können wir die Wurzel ziehen. Das ist 3,5. Und dann haben wir b mal minus 1,5 plus 3,5 ist 1,5 mal b. Und b ist 2,4. Die Hälfte von 2,4 ist 1,2 cm. Das ist gerade diese Strecke k. Die zweite Lösung entfällt, weil sie negativ ist. Die Höhe ergibt sich mit b plus k. k war ja 1,5 b plus b. Das ist 1,5 b. Also 1,5 mal 2,4 ist 3,6 cm. Das ist die Höhe des Dreiecks mit maximalen Flächeninhalt. Dann brauchen wir noch die Grundseite. Da haben wir ja hier die Formel. Multiplizieren mit 2. Setzen für a große Halbachse ein mit 5,8. Für b die kleine Halbachse mit 2,4. Und für k den berechneten Wert von 1,2. Und dann erhalten wir für die Grundseite des Dreiecks 10,0459 cm. Damit können wir die maximale Dreiecksfläche ausrechnen, indem wir g mal h durch 2 dividieren und für g und h die gefundenen Werte einsetzen. Und erhalten 18,0826 cm². Ob das ein Maximum ist, wird im nächsten Schritt untersucht. Gratulation, wenn ihr die Aufgabe selbst lösen konntet. Gesucht wird die zweite Ableitung des maximalen Flächeninhaltes des Dreiecks für die Ellipse mit diesen Halbachsen. Ich weise nochmal auf diesen Satz hin, den ich ja schon im letzten Video genutzt habe für die zweite Ableitung. Wenn die erste Ableitung ein Bruch ist, das liegt hier vor, lässt sich die zweite Ableitung zur Untersuchung des Extremwerts vereinfachen, indem der Zähler der ersten Ableitung abgeleitet und durch den Nenner dividiert wird. Wir leiten hier diesen Zähler ab. Das ist minus 4k minus b. Der Nenner bleibt hier erhalten. Jetzt setzen wir für k den gefundenen Wert von 1,2 in diese Formel ein, für b den Wert der Halbachse mit 2,4 und erhalten minus 3,464, also ein Wert, der kleiner 0 ist und damit haben wir ein Maximum. Damit ist der Flächeninhalt des Dreiecks A gleich 18,0826 cm² maximal. Darstellung der Zeichnung des Dreiecks in der Ellipse mit den Funktionen a, a', a2' über k. Die Ellipse ist etwas verzerrt, weil ich diese Achse anders skaliert habe. Hier ist die Funktion a des Flächeninhalts über k aufgetragen. Die erste Ableitung, die schneidet die Achse bei 1,2 in diesem Punkt c. k ist hier 1,2 und das ist die zweite Ableitung. An der Stelle 1,2 hatten wir den Extremwert und hier jetzt auch nochmal nachgewiesen, dass das eine negative zweite Ableitung ergibt an dieser Stelle. Und damit haben wir hier ein Maximum und wir können hier sogar den Flächeninhalt von dem Maximum etwa ablesen. Der lag ja etwas über 18 cm². Ich denke, das ist auch mal eine interessante Variante, wo die Funktionsgrafen mit der Zeichnung gleichzeitig dargestellt werden können. Ich möchte euch zum Schluss noch die Animation zeigen. Gelebse und Dreieck sind genau gezeichnet. Ich messe k mit 1,2, die Höhe mit 1,2, die Grundseite mit 10,04 cm und den Flächeninhalt des Dreiecks mit 6,02 cm². Ich bewege den Punkt e nach unten, dadurch wird das Dreieck größer und alle Größen k, h, g und a verändern sich auch. Der Flächeninhalt vom Dreieck wird jetzt größer. Steicht immer noch. In diesem Fall ist jetzt k 0 und der Flächeninhalt beträgt 13,91 cm². Jetzt wächst der Flächeninhalt weiter. Wir haben immer noch einen Zuwachs des Flächeninhalts. Und in diesem Bereich finden wir das Maximum. Das lag bei 1,2. Und da habe ich eine Flächeninhalt von 18,08 cm². Wenn ich jetzt das weiter erhöhe, dann wird der Flächeninhalt wieder kleiner. Das ist auch nochmal ein schönes Beispiel, wie man GeoGebra zur Veranschaulichung solche Aufgaben einsetzen kann. Danke fürs Zuschauen. Und da haben GeoGebra Psychiatinde heraus оказ bottoms за SyncEN Info. Aber das sind die Flächeninhalt gestrich. Und da haben es keinen Vorzysta wheel. Du, Du 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 bist und du Du dich sagt… Du, Du 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 bist bist 방법 attractive.